es ist schon wieder soweit mache ich wieder peinliche dinge wieso immer let's go das ist folge 226 twitch clips germany mit dem titel profi reactor erst mal profi reactor sein was ist tcg das ist twitch clips germany mein schatz schön dass du hier bist district let's go klar dankeschön svenja mein engel suche den türkot wie viele möglichkeiten haben wir ich muss sie dringend bitten schritt zu halten ich führe hier eine ein weltklasse etwas ich führe hier 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 ein weltklasse etwas blöder blüßmann Danke, du Südheit. Ach komm. Ach komm. Tala, I'm here. I feel you, my friend. Süß, ich liebs. Oh my... Wie süß ist das denn bitte? Er war süß. Er war wirklich. Hab ich irgendwie Dings aus? Maluna. Hab ich irgendwie QuickCast oder sowas aus? Ja, also mit der Queue tippst du nichts an. Die Queue ist automatisch auf Gegner. Nein, du verstehst nicht. Wenn ich E und Queue drücke, passiert nichts. Ja, die machen auch nichts. Nein, meine ganze Tastatur funktioniert nicht. Okay, nevermind. Ich kann nicht flashen, ich kann nicht healen, ich kann nichts machen. Hallo. Ich kann nicht. Hallo. Scheiße. Oh, weil ich den Chat offen habe. Oh nein. Oh nein, der Chat war offen. Guckt nicht mich an. Ach, scheiße. Wie... Das ist ja... Mann. Warte mal, dann hat man das Falsche angeklickt, ne? Hat sie die ganze Zeit in den Chat... Okay. Ach, ja. Das ist so... Ach, Mann. Ich das fühle von Maluna, oder? Das ist so relatable. Hallo Moshi, mein Schatz. Du guckst in die Kamera. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Oh mein Gott. Ich liebe euch. Ihr versteht das nicht. Ihr seid so süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? What's that? What? Mein Serotonin ist soeben um 150% gestiegen. Danke. Wie hieß die Mausi? Jokina... Jokinasi. 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 Oh fuck, mein Zeh! Scheiße. Ach, ich triggere das, weil ich Neta sage. Neta? Dann mache ich mal diesen Dirt hier weg und dann diesen Stone. Also, wenn das so ist, dann nehme ich meine Pigachse und haue hier mal ein bisschen durch. Also, wenn das so ist. Gar nichts zu dem Spediteur aus Sidonie. Trigger, also das ist das ja. Why do I like... Das ist, wenn ich über zu viel Englisch spreche, zu viel Dinglicht. People get triggered. Wie hieß der noch gleich? Neta statt Nether. Ah, whatever! Ach, der. Der hieß... Ach, es liegt mir auf der Zunge. Gelegt. Ist sie jetzt ne Pflanze? Ah! Keine Ahnung. Also, ich das... Es war... Es ist schon ne Weile her. Ich wäre gerne Pflanze. Hm? Oh. Keine Ahnung. Also, ich das... Es war... Es ist schon ne Weile her. Da war... Also, schon ne Weile her. Aber das war für mich irgendwie so selbstverständlich, dass der da jetzt pisst, während ich ihm dabei zuschaue und wir dann weiterreden irgendwie. Katzen wo? Katzen wo? Pass auf. Beim Pissen zuschauen und dann einfach weiterreden. Ja. Das hab ich bei meinen Geschwistern. Oi! Yo! Raiders! Raiders! Avari! Herzlich willkommen, ihr Wundervollen. Danke, dass ihr hier seid. Geht es euch gut? Bless you. Danke, dass ihr rumkommt. Und ich hoffe, ihr habt ne schöne Zeit gehabt. Erzählt mal, was ihr Schönes gemacht habt. Wir schauen hier gerade Twitch Clips Germany, Folge 226. Hallo, Avari. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr hier rumkommt. Bless you. Es ist immer so. Es ist immer so. Es ist immer so. Ich hatte das tatsächlich mit meinen Geschwistern. Also, mit meiner... Doch. Wenn meine Schwester gerade am Pullern war, dann hat man einfach... Hat man weiter... Hat man trotzdem... Rasali weiß genau, wovon ich spreche. Das war so... Ja, dann hängt man halt... Aber das hab ich mit ganz wenigen Menschen, actually. Ja. Geizy. Magic Zaubertrick. What? Süß! Oh mein Gott! Katzen hier! Das war mal der... Was? Magic Zaubertrick. Katzen hier! Wie cool ist das denn? Ähm... Ach, als ob! Ach, als ob! Okay. Spooky! Und doch... Sag mal! Das ist nicht euer Ernst! Das ist nicht euer Ernst! Na komm! Das kann doch nicht sein! Das ist die ganze Zeit der Trick! Das war der Trick! Jetzt mal im Ernst! Ihr brauchtet... Das hier, um... Das hier, um... Die... 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 Die Baby... Die Babyrassel hier? Ja... Komm mal her! Ja, brauchst du ein bisschen Babyrassel? Um... Um... Hallo zu sagen? Das fass ich doch nicht. Beide! Ernsthaft? Ja, komm her! Ups! Na los! Regid, beide kommen plötzlich aus der Ecke. Ja, aber jetzt, wo ich denen kein Leckerli gebe, ist das vermutlich nur so eine kurze Angelegenheit. Das Baby ist auf den Boden gefallen. Kleiner Wicht. Guter Trick, vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Ja! Da sind ich für mich verarscht. Ihr hattet heute schon Snacks. Zu viel Zucker, nee. Aber, geil. Das war Sky-Cy. Sky-Cy, danke für den Trick. Ich weiß nicht, ob es ein zweites Mal funktioniert, aber das war schon sehr impressive. Bin ich ehrlich, ich wusste nicht, dass ich das... Like, I didn't know. What the fuck? Oh, nein. Eine kleine Frage, ist das eine Akustik- oder eine E-Gitarre im Hintergrund? Das ist eine absolute E-Gitarre. Oh, beides. Krass. Ich hoffe, das verantwortet deine Frage. Beides. Wen meinst du? Ihr habt auch die Schicks Germany guckt. Ja, wer hätte dir sonst noch Pommes? Oh, ja, das ist so eine Zange. Das sind so kleine Hände. Und die... Mit denen kann ich in die Tüte reingehen und die Pommes angreifen und dadurch werden meine Finger nicht fettig. Und du nimmst es mir auf einmal und schiebst dir alle in den Mund. Das ist genial. Ja, sonst habe ich immer mit den Händen reingegriffen und dann habe ich die fettigen Finger am T-Shirt und an der Hose abgeschmiert und mir wurde gesagt, dass das eklig sei. Deshalb versuche ich es jetzt mit der Zange. Ich bin aber auch einfach ein ekliger Mensch. Das war sehr, sehr, sehr... Ja, das war sehr smart. Ich, ich, der dufte Typ, gebe Klitsch, was? Klitsch, Pitsch. Pitsch, 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 Pitsch. Hallo, ich höre Twitch Clips Germany. Mein Name ist J.V.Pik und ich erlaube Ihnen hiermit meine Videoclips in Twitch Clips Germany zu verwenden, ja? Ja? Nein, nein, kein Käse dazu. Vielen Dank, tschüss. Kein Käse dazu. Ich, dein Name, also, jetzt lese ich den Kram vor, da steht dein Name. Ich, der dufte Typ, gebe Klitsch. Es geht nicht, ne? Das ist so gut. Das ist so gut, oh mein Gott. Oh Gott. Nur eine Pinzette mit Händen, das ist so smart. That's so sweet. Ich konnte nicht anders. Milchbaum findet es mindestens... Gut, dass sie nochmal ihr Oberteil richtig gerückt hat. Da ist ja, man hat ein bisschen BH gesehen. Zwei von... Flüstertütchen, Schatz, danke für deinen fünften Monat. Tausend, tausend Dank. Es war schon ein bisschen... Also, man kann nicht leugnen, dass das schön anzusehen ist, oder? Like, maybe it's my, my... The gay me, aber... Er richtig gerückt hat. Da ist ja, man hat ein bisschen BH gesehen. Like... Maybe the gay part of me is so... Ja, kann man mal machen. Forschungszweck. Zwei von diesen Feldern müssen noch eine Bombe haben. Zwei auch noch mit einbeziehen. Wegen der zwei wissen wir, nur noch eins von diesen drei Bildern darf eine Bombe sein. Wenn wir bei der hier eins haben wollen, bei der hier zwei haben wollen und bei der hier eins haben wollen... Boah, das hab ich nie verstanden. Kannst du das bitte nochmal für ganz Dumme erklären? Ich hab dieses Spiel nie... Ich hab immer einfach so auf gut Glück... Ich glaub, irgendwann mal hab ich's verstanden, aber ich bin eine ADSlerin. Das ist like... I don't even know. Zwei von diesen Feldern müssen noch eine Bombe haben. Zwei auch noch mit einbeziehen. Wegen der zwei wissen wir, nur noch eins von diesen drei Bildern darf eine Bombe sein. Wenn wir bei der hier eins haben wollen, bei der hier zwei haben wollen und bei der hier eins haben wollen... Also hier kann keine Bombe sein, weil du dann an der drei hier keine zweite Bombe placen kannst, weil du ja dann hier schon und hier schon die eine Bombe hast. Und das hier und hier muss eine Bombe sein, damit du an der drei zwei Bomben hast, an der drei eine Bombe hast und an der zwei eine... Ich bin schon wieder raus, Digga. Was war das denn jetzt plötzlich? Ich dachte, jetzt kommt diese allerechte Erklärung und ich versteh schon wieder nur Bahnhof. Scheiße. Übermaßt. Versteht man das? Ja, nee. Nicht so richtig. Die sind ja... Die hat das, glaub ich, richtig gut erklärt, aber ich... Das... Nee. Ich glaub, ich muss das auf Zeitlupe gucken. Auf Zeitlupe vielleicht so. Hier kommt hier eine Bombe und da ist eine Bombe, aber da kann gar keine Bombe sein. So bräuchte ich das. Genau, oder? Min. Um es halt wirklich zu verinnerlichen. Aber gut. Haben wir drüber geredet. Versteht man das? Nee. Die sind ja auslaufsicher, zum Glück. Oh Gott. Was ist da runtergefallen? Die sind ja auslaufsicher. Was ist das? Ja, zum Glück. Oh Gott. Ich hab's nicht zugedreht. Da waren Nicknacks drin. Why? Warum? Ich hab das Gefühl... Gefühlt, jeder Streamer ist so relatable. Ich frag jedes Mal, wenn Missgeschicke passieren, denk ich immer so... Hold on a fucking second. That could be me. Literally could be me all the time. Ich bin nicht oft hier im Chat, meistens offline. Und ich höre nichts im Chor. Ihr seid wunderschöne Menschen. Äußerlich meine große Herzen, warme Stärke und Emotionen. Dankeschön, Rockabilly, mein Schatz. Tausend, tausend Dank. Thank you so much. Der Fakt, dass du hier bist, macht dich zu einem Cory. Love you big time. Vielen, vielen Dank. Sein Blick ist großartig. Oh wow, guck mal, hat's gecrasht. Und? Oh, schöner Hintergrund. Nein. Schopo. Michael von Ohnrichtern hab ich jetzt tatsächlich mal in Real Life kennengelernt auf der Polaris. Ein unfassbar, unfassbar goldiger, goldiger junger Mann. Liebe geht raus an ihn. So ein sweeter Kerl. So wie du guckst, bist du doch bestimmt wieder ein Mörder. Ey, das kann man jetzt von meinem Blick ab... Ja, kann man. Verdammte Axt. Scheiße. Ähm, wo war das, wo war das, wo war das? Das war hier. Das Spiel hab ich immer noch nicht gespielt. Dieses Dick, 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 Doc. Die Sonne scheint... Guss, Guss, Doc. Hab ich gerade Dick, Dick, Doc? Ich hab gar nichts gesagt. Gar nichts. Einfach mal Fresse halten. Die Sonne scheint auf den Wiesen... Die Sonne scheint auf den... Die Sonne scheint auf den Wiesen, wo der Hase chillt. Und der Fuchs beobachtet, wie der Mensch tötet. Als ob das richtig ist. Was ist das für eine freaking crazy Folge, wie jeder im One-Shot alles... Das ist verrückt. Oh, geil. Warte mal. Reload-Speed ist super wichtig. Genau, mach's im... Weil unsere Waffen haben richtig krasser Reload. Ja, jetzt kommt. Wir machen Reload schneller. Yes, looks nice. Jetzt. Kürzer Reload heißt einfach mehr DPS. Oh, nein. Nein. Okay, was nehmen wir jetzt, Chat? Eins, jetzt neu starten. Zwei, okay. Oder drei, jetzt nicht. Jetzt nicht. What? Ichi, mein Schatz, findest du Hilfe. Das geht's dir gut. Hey! Was? Herr Pollo. Der klatscht dir meine... Oh! Oh, mein Gott. Ich weiß ja, dass nicht alle irgendwie die Krallen von den Katzen schneiden. Also, meine Katzen kriegen ja alle paar Wochen mal die Krallen geschnitten. Aber das muss ja wehtun as fuck. Ichi, mein Schatz, wie machst du das? Windows ist... Windows in a nutshell, das fühle ich aber. Hä, was denn jetzt? Boah, was für ein cooler Stream. Hallo, sind die noch da? El Capitano. Bei mir sind die ganzen Bildschirme dunkel. Oh, nein. Oh, nee. Ich hab... Alter! Was ist denn hier los? Ich dachte, oh, geil. Ich hab mir die neu zugelegt. Oh, mein Gott. Das hab ich mit meiner Sonnenbrille. Ich hab ja so eine unfassbar coole Sonnenbrille von Holzkern. Die macht so dunkel, dass man sein Navi im Auto nicht sieht. Die ist so... Die funktioniert so einwandfrei. Die schützt dich so hart, dass du dein Navi nicht mehr siehst. Das ist so krass. Ich dachte, oh, wir draußen top. Aber die Bildschirme sind aus, als ob die aus sind alle. Das fühle ich. Ja, Mama! Bist du Türsteher? Nee. Okay, danke. Dann geh ich ja durch. Er sagt, nee. Hä? Ist das ein toten Kopf? Das ist ja mal so cool. Ist es drauf gesprüht, oder was? Nice. Oh, mein Gott. Ich hab wirklich Abdrücke vom Kopfhörer offen. Oh. Ich dachte, das war so ein Spray. Okay. Never mind. Ich dachte, das war... Ja, das waren Abdrücke von ihren Kopfhörern. Ich dachte, das ist so ein Halloween-Ding, dass man sich so Skull-Heads irgendwie jetzt drauf sprüht. Aber das sah ja mal fancy aus. Guck mal, das sieht doch aus wie ein Skull. Das ist der allerechteste Halloween-Trick, guys. Vielen Dank an Mieze Goes Crazy für diesen Trick. Dieser allerechte Party-Trick. Sick. Oh, mein Gott. Ich hab wirklich Abdrücke vom Kopfhörer offen. Hab ich wirklich Abdrücke von meinem Headset? Ich hoffe, dass das Abdrücke sind. Ansonsten hast du einen Skull auf deinem Kopf. Das ist doch ein Witz, oder? Ich hab hier wirklich einen Abdruck von meinem Headset auf dem Kopf. Von dem Ohr. Sobald man uns quasi in der Kamera sieht, haben wir das Problem, dass wir gesehen werden. Ich seh bald Futter. Warte, warte mal. Scheiße. Sobald man uns quasi in der Kamera sieht, haben wir das Problem, dass wir gesehen werden. Ich liebe diese Sprüche. Die sind so fantastisch. Oh mein Gott. Boah, Vivian? Ist nicht in der Küche. Nice. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist eher was bei Großeltern, also... Ja, das ist irgendwas mit dem Gebiss, aber... Irgendwas mit dem Gebiss? Oh mein Gott. Ich dachte, du bist in der Küche, sorry. Was wolltest du? Ich wollte fragen, ob du... Wenn du in der Küche gestanden hättest, hätte ich nicht gefragt, ob du mir so ein... Ich hab das... Eine Feige bringen würdest. Wir gehen gerade kaputt. Danke. Du bist für einen Kaffee. Nein, danke, Schatz. Das ist so lieb von dir. Ich hab gerade irgendwas gesehen, worauf ich... Plötzlich kam ich auf Feige. Wow. Was war's denn jetzt? Dem Gebiss? Oh mein... Gebisschen, Jess. Oh wow. Er ist nicht draufgekommen, ich dachte, er ist ein Blatt. Okay, aber nur weil du jetzt tot bist, musst du nicht gleich einen Türrahmen ficken. Scheiße. Oh, das ist ein Hund eingesperrt. Ha! Ihr seid eingesperrt. Oh, meine Smash-Lunatik. Love her. Ja. Ja, du würdest mich jetzt gerne hauen, aber du kannst es nicht. Oh mein Gott, nein, du kannst. Du kommst... Wir sollen Kimi und Kali ja nachher eigentlich auch spielen, so. Oh, das ist mein Fapsi! Das ist mein Fapsi! Nicht so, je nachdem. Ah! Ja, ey! Hast du jetzt gewonnen, oder was? We need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. Wow. I'll get back again. This passion inside. Can't run from myself. There's nowhere to hide. Elfie! Elfie! Liebe geht raus an Elfie. Die kannte ich, die junge Dame kenne ich ja noch gar nicht. Bless her. Das war unfassbar schön. Bless her. Elfie, sehr, sehr, sehr schön. There's nowhere to hide. Wow. Oder Serien, Filme, Dokus. Oh süß, was für ein schöner neuer Haarschnitt. Die sieht so frech aus. I like that. Meine Luna. Was auch immer. Die in den Jahren... Dieser Hintergrund ist so sick. Oh Gott! Oh Gott! Da hat gerade... Oh Gott, warum hat denn meine Alexa mit mir gesprochen? Oh, danke. Dieser aller... Der Schock ist... Der Schock ist real. Dankeschön, mein Schatz. Mega lieb. Oh, Jenny. Waren wir nicht gerade eben noch bei dem Thema beim... Beim Pullern mit anderen reden? Boah, wenn die jetzt redet... Der so, what the fuck. Hallo, verraste dich jetzt. Okay, 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 okay. Guten Morgen. Bisschen, schönen Tag. Wie lange machst du das denn schon? Ich habe meine Sitzung gehalten. Muss aber jetzt so was, bis dann. Das ist großartig. Wenn ich mich nicht irre, sind die zusammen, gell? So virtuell auch mal nebeneinander pullern. So hat man wenigstens so eine Idee. Ich habe meine Sitzung gehalten. Muss aber jetzt so was, bis dann. Erst mal Frontenflieg. Jetzt schwingt er halt dann direkt runter. Hm. Oh, 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 no. Oh, shit. Ich würde Angst haben, Sonja. Ich komme vorbei. Ich meine, dann führe ich deine Mama mal nette Haus, ne? Dann haben wir dir auch mal einen schönen Tag. Oh. Das ist das Erwachsenste. Ich fick deine Mutter, was ich je gehört habe. Ja. Zustimmen. Oh mein Gott. Ich möchte das nicht. Ey, ey, ey. Ja, ey, ey. Soll ich die Puppe bei Anne mal durch die Tür? Oh mein Gott. What the fuck? Er war gerade, gerade in dem Moment. Oh mein Gott. Read it. Das war dieses allerechte Timing. Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Das war dieses allerechte Timing. Das war diesem... The motherfucking thing. That was this motherfucking thing. Herzlich willkommen, ihr Wundervollen. Hallo, ihr Wundervollen Raiders. Die Doctor of Ra... War natürlich Absicht. Im Ernst? Das ist ja mal komplett insane. What the fuck? Es war mir eine riesen, riesen Freude. Darf ich euch mal ganz kurz vorstellen? Ich weiß ja, dass ihr da sehr, sehr, sehr viel, sehr viel auch an Arbeit reingeballert habt. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr hier seid. Darf ich euch vorstellen? Mein wunderschönes Mikrofon. Ich bin so unfassbar dankbar. Vielen, vielen Dank, weil du toll bist. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für eure Liebe. Ich hoffe, es geht euch gut. Danke für diesen gigantic motherfucking Raid. What the hell? Tausend, tausend Dank für eure Liebe. Es war so schön, euch wiederzusehen. Tausend, tausend Dank. Shoutout, es geht raus an euch. Ich habe dieses Wunder, Wunder, Wunderschöne. Ich habe das Paulchen schon unter die Nase gebunden. Ich war so, ich habe dieses goldene Mikrofon gewonnen. Danke viel, vielmals, dass ich auf dieser coolen Veranstaltung singen durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr hier seid. Und herzlich willkommen bei der Business-Gast, you guys. Tausend, tausend Dank, dass ihr rumkommt. Ich schaffe es immer nicht so richtig regelmäßig. Ihr macht das ja immer so wahnsinnig regelmäßig. Ich finde das sehr, sehr geil. Ich schaffe es immer nicht so, weil ich immer nie weiß, worauf ich so Bock habe. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr rumkommt. Ich hoffe, ihr hattet einen großartigen Stream. Ich bin mir sicher, dass ihr diesen hattet. Ich danke euch viel, vielmals. Ihr seid so unfassbar goldig. Danke, dass ihr so süß seid. Das war so nice, euch wiederzutreffen. Danke viel, vielmals für eure Liebe. Und herzlich willkommen, Raiders. Let's go. Abfahrt. Ja. Mach ich. Künstlich? Nee, ich stehe da total drauf. Ich liebe auch... Die Vraldes habe ich auch... War zweimal an ihrem Stand. Einfach so eine 10 von 10. Süßer Mensch, ne? Zwiebelringe. Und ich... Ja, oh mein Gott. Da. Oh mein Gott. Oh, die hat auf einmal die Puppe hier hinter dem Bildschirm gezeigt von gestern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mama. Oh mein Puppen. Oh mein Gott. Oh. Ey, Puppen, ne? Ich... Ich... Ich kann nicht. Ich kann nicht. Kennst du diese Haushalte, wo ganz viele Puppen überall rumliegen? That creeps the fuck out of me. Isst du eine Aubergine? Nee, eine Feige. Heißt es deswegen Teelicht, weil man damit Tee warm hält? Deswegen heißt es Teelicht. Deswegen heißt es Teelicht. Sehr gut. Sehr gut. Und Lord of... Lord Painters. Schön, dass du hier bist. Feigen? Super. Bei meiner Oma. Oh mein Gott. Tee, ihr Schatz. What the fuck? So, bei 99 hören wir... Wer klickt denn tausendmal auf einen Käfer? Junge. Gut gemacht. Dieses Stoff hier ist zwar fadenscheinig und etwas schmutzig, aber auch weich und tröstlich wie eine warme Umarmung. Das bin ich auch. Ich bin schmutzig, bin manchmal schon ziemlich fadenscheinig, ich bin ziemlich weich und manchmal auch tröstlich. Ich bin das. Ich bin perfekt. Stoff-Eulenbär. Süß. Funky habe ich jetzt auch live mal in Persona getroffen, nachdem wir, keine Ahnung, wie viele Dungeons & Dragons Kampagnen schon zusammengespielt haben, aber es war so schön. Also... Generell, die Polaris war eine durch und durch extrem großartige Erfahrung. No joke jetzt. Ähm... Guys, ich weiß gar nicht, ob ihr noch ein bisschen bleiben möchtet, meine wundervollen Raiders. Der eine oder andere hat vielleicht meinen neuen Song Haunted noch gar nicht gehört. Wenn ihr dranbleiben möchtet, dann zeige ich euch den gerne. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon reingehört habt oder ob ihr da Bock zu habt, aber ich habe eine Charity-Aktion am Laufen und wenn ihr Bock habt, dann bleibt doch noch ein bisschen. Dann hören wir da auch gerne rein, wenn ihr das wollen würdet. Wir könnten jetzt versuchen hier irgendwie den Berg ganz vorsichtig runterzugleiten oder wir könnten alternativ... YOLO! WUHU! Oh Gott! Fühle ich aber. Polaris war großartig. In jeglicher Hinsicht. Schade. Wäre ein guter Clip gewesen, wenn ich ihn noch umgefallen wäre. Oh, das ist ein cooles Spiel. Mars... Oh mein Gott, wenn ich das so schieße, sieht es aus, als würde Quentin das schießen. Los, Quentin! Verbrenne es! Verbrenne es, Quentin! Tu es! G-geil! What the fuck was that? Flummi! Flummi Schatz, danke für deinen zehnten Monat und tausend, tausend Dank für diese süße Reaction. Wir haben eben in die Reaction reingeschaut und ich danke dir von Herzen, dass du auf Haunted reacted hast und danke viel, vielmals zu deiner Liebe, du sweetheart. Thank you very, very much. Am Ende so 20 so unterwegs. Oh mein Gott! Wilde! Da fehlen aber noch 48 Stunden. Committed. Bis zu 300 Stunden-Timer sind das nur noch 8 Stunden. Oder bin ich dumm? Ich verstehe, warum sie das dachte. Kann ich schon wieder nicht rechnen? Das sind doch nur noch 8 Stunden, oder? Quotiert! Mich steht das auch ab, in der ersten Sekunde war ich so... Ja, voll reasonable. Bis man dann halt nochmal genau... Aber ich kann es verstehen, warum. So, Herr Gerson, Dankeschön für die 7,77 Euro. Ja, Kaffee später. Ich habe heute schon zwei... Aua! Das tat richtig weh. Was hast du Scha? Ich habe Dinge gesehen. Und dann kannst du da einfach... Du Keks! Und dann rutscht der Rest nach! Was? Ohne Sche... Wenn das jetzt klappt, ne? Dann raste ich aus. Oh mein Gott! Ich erinnere mich noch daran, dass ich auf Partys bei Prinzenrolle und Bringles-Packungen die Kekse rausholen musste, weil ich die kleinsten Hände hatte. Ich wurde gerade überflüssig gemacht. Ich liebe diese Frau. Aber komm mal ganz kurz darüber reden. Ist das eine neue Invention? Is that a new invention? Oder... Oder... Was ist das? Gibt es das schon länger? Und... Wo war das in meiner Kindheit? Das war so asozial, da immer so reinzugreifen. War... Gab es das schon immer? What the fuck? Tobi Wan Kenobi, mein Schatz, danke für deinen 13. Monat, you sweetheart. Gibt es länger? Don't tell me! Don't tell me! Ist älter, aber hab... Irgendwie nicht alle... Was? Gab es schon immer? You are kidding me! You are kidding me! Warum muss ich sowas immer aus Twitch Clips Germany lernen? I don't understand! I just don't understand! Wie kann das sein? Danke, dass du da warst, mein Schatz! Sodbrennen und Migräte! Oh Gott, gute Besserung, Liebling! Pass auf dich auf, du sweetheart! Was? Bitte auch kein Geld mehr irgendwie schicken oder sowas? Let's go! Weil, wie gesagt, das ist nicht Sinn der Sache, dass ich... Ich spendete 200 Euro. So, das sollte aber trotz Steuern reichen, für ein wenig Schocki. Tschüss! ...begrüßt. Mir ist das auch schon passiert, dass ich eines Abends mal in einem Club stand, dann kam so ein junger Mann, so fresh, 18 oder so, ne? Kam da so von der Seite, wurst so bewundert und so, hä, na? Und ich wollte lustig sein und cool sein und sag zu ihm so, ne man, ich könnte deine Mom sein. Natürlich mit der Hoffnung, dass er sagt, was? Oh mein Gott, nein! Du bist, wir sind doch safe im selben Alter! Das war mein Wunschgedanke in dem Moment, sag ich dir wie es ist. Leider hat er gesagt, ich weiß, aber ich stehe einfach auf Ältere. Ey, ohne Scheiß, niemand hat so geile Storys wie Doni. No joke jetzt. Hands down, diese Frau hat mit Abstand die coolsten Storys und ihr Storytelling ist so ne... So geil! Jetzt mal im Ernst. Ich kann das nicht mehr. Mua! Es war schön, ihr bei dem Polaris... Es war so schön! Ich danke dir vielmals! Ich freue mich, dass es hilft, Flummi Schatz. Vielen, vielen Dank. Doni muss man lieben. Alles andere ist... Der frisst auch Kinder. Wer Doni nicht lieben kann, der frisst auch Kinder. Anders geht's nicht. Meine Freundin hatte sich die Veggie Nugget... Warum sag ich die ganze Zeit Nugget? Warum kann ich zwei Gs nicht als zwei Gs aussprechen, sondern es wird ein Tz? Meine Freundin hat sich die Veggie Nugget... Wegen Veggie... Veggie Nuggets. Ich übernehme das Tz von Veggie. Psychologie wieder durchgespielt. Nuggets. Meine Freundin hat sich die Veggie Nugget... Süß! Äh... Marty, let's go! Marty! Oh mein Gott, ich hab Chat gelesen! Oh... Oh mein Gott, ich hab Chat gelesen! Go for us! Ey, jetzt war die am Handy. Jetzt hat die bei dem einen Clip gar nicht aufgepasst. Die kriegt gar nichts mit, diese Marty. Die macht ihren Job als... Professionelle Reaction-Streamerin gar nicht gut. Nichts kriegt die mit, wenn die reactet. Ich hasse die. Einfach mal kurz selber flamen. Ich kann das nicht mehr. Einfach mal kurz selbst geflamed, die Mausi. Ach ja. Mal kurz weggeguckt. Das ist aber auch bei Twitch Clips Germany gemeingefährlich. Man guckt ganz kurz weg und verpasst halt voll viel. Um wirklich das Schlechte und das Gute ins wieder ins Schlechte zu rücken. Je mehr wir uns lieben, umso schmerzhafter ist es, wenn einem der Kopf abgerissen wird. Ich dürfte keine Werbung. Wichtig und richtig. Danke. Du kriegst sie auch nicht bei jedem Film. Kiss-or-Slap-Challenge? Was ist passiert? Nein. Nein. Das ist mein Piano-Dragon. In blond. Süß. Ich kann kaum etwas sehen. Es ist so dunkel. Bonk mein Schatz. What the fuck? Danke für dein Residence Class Ticket. Im 20. Monat. Nix passiert. Lüge. Vielen, 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 vielen Dank, my dear. Bless you. Danke für deinen Support. Dann mach mal Licht an. Ah! Wow! Heilige Scheiße! Ne Überraschungspartier, ernsthaft? Wir haben Geburtstag! Oh, ist das Fran Bow? Das wollte ich auch mal spielen. Cool. Oh, meine Kitten. Die ist so goldig. Mit der habe ich so hart gefeiert. Oh! 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 So ungefähr könnt ihr euch Burn Your Desire dann auch vorstellen. So ein kleiner Vorgeschmack. Einfach so ein bisschen Vorgeschmack hat jetzt Lost Kitten für uns geboten. Warte mal, hat die das komplette Game angezündet? Woran habe ich gerade ganz gedacht? Wow, there is... Sam lives! Ja. Und Eva ist in die Luft geflogen. So ungefähr könnt ihr euch Burn Your Desire vorstellen, genau. Danke schön, Flumi, dass du da warst. Pass auf dich auf und danke für deine Liebe. Der Kreis ist links davon. Oh, meines Kölzer. Jetzt darf aber nicht meine Rot-Links-Schwäche greifen. Die Rot-Links-Schwäche? Ja. Es ist Rot-Grün und Links-Rechts-Schwäche. Oh, meines Kölzer. Jetzt darf aber nicht meine Rot-Links-Schwäche greifen. Sie sieht so schön aus in ihrem Hexen-Auto. Oh, 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 oh. Ich danke euch. Ihr seid großartig. Oh, no. Mein Schlippi. Mein erster Schlüpper. Ich hab'n Schlüpper. Ich hab'n Schlüpper. Ich hab'n Schlüpper. Ich kann sterben. Ich kann jetzt sterben. Affat. Ich kann jetzt, ich kann jetzt, jetzt ist die Nummer durch. Jetzt kann ich halt auch, äh, jetzt reicht's. Ich wollte eigentlich immer nur ein Schlüpper. Ihr kriegt leider keine Songs mehr, weil jetzt ist meine Karriere durch. Das war's jetzt. Nach Burn Your Desire kommt halt gar nichts mehr, weil ich hab' jetzt endlich ein Schlüpper. Kann man doch mal machen, oder? Mehr wollte ich gar nicht. Das ist so einfach gewesen. Das wäre so einfach. Für alle Hater, es wäre so einfach gewesen, meine Musikkarriere zu beenden, indem man mir einfach hätte früher schon mal einen Schlüpper auf die Bühne geworfen. Muss ich erstmal, muss ich erstmal zur Polaris, damit ich, damit ich meine Gesangskarriere an den Nagel hänge. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur einen Schlüpper. Danke, Sandy Jaxx. Ah, wenn man... Ehrenspar. We're going nowhere. Gleich mal die Falle. Unter dem Strich ein teurer Schlüpper. Ja. Ich sag's dir, wie's ist. Das war ein wirklich... Doch, BH. Ich trage keine BHs, ehrlich gesagt. Also, um ehrlich zu sein, trage ich sehr ungerne BHs. So Nippelpads, ja, gut. Und wenn's wirklich sein muss, dann sind das so Liebestöter. Die sind halt überhaupt nicht schön. Ich hab keinen einzigen schön aussehenden BH, weil ich den Zweck nicht verstehe. Also, wenn ein BH auch noch schön aussehen muss, dann hab ich gar keinen Bock mehr darauf. Aber so ein Sport-BH, den ich auch nicht trage, ja, da müssen wir noch mal reden. Da müssen wir noch mal reden. Demnächst fliegen nur noch so Nippelpads. Oh mein Gott, ich hab mein Kaffee verschüttet! Was, Dreadgirl? Fuck, 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 fuck! Fuck. Nein. Ich drück mir beim Reden nie was ins Maul. Musst du mal machen, Birds. Musst du mal machen. Was hab ich heute mit Stift- und Warentest? Vielleicht will ich ein Stift- und Ware. Wer weiß, und ein Test. Wir müssen mal darüber reden, warum deine Mutter dich nicht liebt und warum du die Chicken Nuggets immer wegwirfst. Wer sagt, das ist nicht Stift- und Warentest, sondern Stiftung... Nein! 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 Was? Es heißt nicht Stift- und Warentest, es heißt Stiftung Warentest? Ja! Oh! Was? 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 Die Mausi! Die hat gedacht, das wäre Stift- und Warentest. Wie goldig ist das denn bitte? That's so adorable! I can't! She's mind blown! She just got... She just... Smashed her! Äh... Der Wichtige... Was erinnert? Allen Bescheid gegeben, nicht, dass sie noch weggezerrt wird. Erstmal... Zu jedem, der Wichtige aus... Ehrlich! Süß! Dann... 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 Ah! Woh! Woh! Was ist passiert? Was war das? Was war das? Oh! Oh mein Gott! Hast du in der Hose? Ja! Oh mein Gott! They did it! They did it! Geil! They fucking did it! Das war... Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, an diese Game Show, die ich mal geplant hatte. Das ist genau das Game, was ich die ganze Zeit in die Dings umsetzen wollte. Geil, dass sie das gemacht haben. Geil! Ich habe nur darauf gewartet, weil ich finde dieses Spiel so geil. Ruckzuck aus meiner Kindheit. Und das kannst du jetzt auf Ausdrücken mit Schild. Ist das Paul? Und? Was? Schild und? Penis, Schwert. Ja. Was? Das kannst du jetzt auf Ausdrücken mit Schild. Und? Was? Schild und? Penis, Schwert. Ja. Penis! Ich bin echt schlecht im Leben. Sandlight. Sandlight. Alter, Chen ist er durchgedreht, oder? Ist er verrückt, oder was? Chris ist auf dem Auto von den Ge... Oh mein Gott! Ich bin ein enemy Auto! Ich bin nicht in Yorker! Das ist ein enemy Auto! Das ist ein enemy! Was ist das? Das ist ein enemy! Das ist ein enemy! Jeder will mein enemy sein. Ich habe das nicht mitgekriegt. Was ist dann passiert? Das ist gerade eine Waffe. Weit geflogen. Krass. Dr. Don. Der Stream-Titel wurde ein bisschen abgekürzt. Chris. Community-Videos anal. Ich heil mich mal. Sicher ist sicher. Zero. Einmal aufgeschlitzt. Rosianna. Okay, Fazit. Ah, ihre Sache. Charlie, ich brauch dich eben ganz kurz. Charlie, du musst herkommen. Du bist jetzt hier mein Alibi. Oh, süß, Charlie! Oh, sorry, 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 sorry. Oh Gott, Mann! What? Wie funny war das denn, bitte? Oh Gott. Wie funny war das denn, bitte? Ich kann nicht. Erik, hast du eine Frage? Ja, wie ist die Luft da unten? Jetzt wurde da oben ein bisschen besser. Ja. Ja. Oh, voll gut. Beim Umzug. Also was heißt beim Umzug? Ich hab's so, ich hab's leider nur so halt mitgekriegt. Ich stand da und ich weiß, ich war mich da währenddessen am unterhalten, als die auf der Bühne waren. Ganz, ganz, ganz goldig. Äh, die alten Kartons mal ausgepackt, da hab ich gefunden, was das hier noch so ist. Oh mein Gott. Oh, da war eine Spinne oder so drauf. Die Spinne! Das ist so eine komplett legitime, das ist eine sehr, sehr legitime Reaktion. Wenn, ey, es konnte nur eine Spinne sein. Alles andere hätte gar keinen Sinn gemacht. Bless their, ach herrn. Aber, bless auch diese Boomboxen, ne? Die waren so unfassbar unkaputtbar. Die waren wie die Nokias. Die gingen einfach nicht kaputt. War noch eine Kelly, äh, Kelly Family CD im Plan. Ernst? Geil! Wie cool ist das denn? Ja, die alten Kartons mal ausgepackt, da hab ich gefunden, was das hier noch so ist. Und dann, ey, geil, oh. Oh je, oh je, ach herrn. Wenn man Angst vor Spinnen hat, ne? Wir hatten da so eine kleine Story, äh, auf der, in unserer Unterkunft, auf der Polaris, weil, also in der, in der Polaris-Seite da. Und, äh, da die Arme, Kaddi musste komplett carry in die Arme, wirklich. Die hat so viele Spinnen, äh, beseitigt aus der Wohnung da. Das war echt, das war eine Plage. Ernsthaft, krass. Das Spinne! Und Kimi und, und, äh, Vivian haben halt übel Schiss. Ey, geil! Sandy und die Kalimba sind jetzt kaum. Oh, da ist Vivian! Ich wäre dabei schon gerne noch gesehen. Ein Vogel? Den Notfallkäsekuchen dabei. Ja, Mann. Oh, ne Taubung! Ich wäre dabei schon gerne noch gesehen. Krass, die beiden so voll der Move. Voll einstudiert, der Move. Danke! Mama. Oh. Moin! 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 Was geht's? Wir nicht. Sieh, es die beiden hab ich auch getroffen. Was? Wir nicht. Moin! 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 Was geht's? Wir nicht. Was geht's? Moin! 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 Hühner sind nicht süß! Hä? Hühner sind süß! Oh mein Gott! Das ist aber auch... Da hab ich auch so eine lustige Story, ehrlich. Da hab ich auch so eine unfassbar lustige Story. der wundervolle, wundervolle, wundervolle Gott. Ich hab so gelacht. Der Pascal Dupré. Ich glaub, Pascal Dupré heißt der. So ein süßer Kerl. Mein Gott. Der... Der... Halt die Hände handicapped. Es ist so herrlich. Es ist so nice, wenn die, wenn die, ähm... Wenn die, diese selber mit sich selber so cool sind. Ich liebe alles daran. Herrlich. Wir nicht. Hammer. So eine Mausis. Ey, wirklich. Guten Abend. Hallo, Aiken. Miau, mein Gott. Hast du mal Baby-Chicken-Nuggets? Baby-Chicken-Nuggets? Hast du mal Baby-Chicken gesehen? Miauie. Das hier ist Coco, die Wanderratte. Coco, die... Das Wanderratten-Baby. Ich liebe dich, Coco. Den ich beim Wandern gefunden habe. Bitte... Bitte erzählt Gronkh nicht, dass, ähm... Dass Coco einen Namen hat. Ich hab ein bisschen Angst um, um, äh... Um Gronkhs Achievementsucht. Coco. Also, wir lernen wir bald kennen. Der sieht aus wie ein Martin. Miau, mein Schatz. Mandy, die W... Als ob der wirklich Martin heißt. What the fuck? Liken, Glocke aktivieren, kommentieren, abonnieren, Digga. Oh, nanieren. Alles. 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 Bei Twitch Clips Germany. Oh, nanieren, Masturbieren, was auch immer. Aber vor allen Dingen, abonnieren und likey-daiky. Abonniert ist schon, besser mal. Auch liken und, äh, topi-tipi. Danke, danke, war herrlich. Hab einen Schlüpper. Das Schlüpper muss groß. Alles.